Der Wolf lud den Esel zum Essen ein, doch er wusste nicht, dass es eine Falle war. Willst du heute zum Essen kommen? Ja. Sie aßen. Hat es dir geschmeckt? Ja. Am Abend, als der Esel schlief, packte der Wolf Juckpulver in sein Bett. Und am nächsten Morgen, meinte der Esel, Es hatten mich in der Nacht sehr gehofft, komm doch heute zu mir. Der Wolf ging zum Esel und als er schlief, erwarteten ihn Brennnesseln im Bett. Sie stritten sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sehr gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017